Willkommen in alter Frische oder in junger Frische. Ich weiß nicht wo ich hier gerade bin. Ich weiß nicht wo ich aufgehört habe. Ich habe kein Schimmer. Ich muss auf jeden Fall in die Drachenfeste. Ich kenne meine Mission noch nicht. Sprich mit Malus Markius. Genau. So was noch muss ich rausfinden? Rinn finden ins Spiel und rausfinden wo der Typ ist. Ah. Ich habe gerade nach der Tassenkombination gesucht wo ich hier rennen kann. Warum schleifst denn der mal? So öffne mal das Tor. So weiter geht wo. Dann trink doch selber. Wo bist du denn Malus Markius? Wo ist denn da mit der Macke? Boah die alte Schoffnudel? Kann ein Mann nicht mal in Ruhe etwas trinken? Du trinkst doch ja nicht. Ich werde mich kurz fassen, denn wir haben viel zu tun. Der Besitzer von Honigbräu Serbjörn will eine Medprobe für den Hauptmann der Wache von Weißlauf veranstalten und wir werden den Med vergiften. Nein, nein. Das ist ja das raffinierte an dem Plan. Wir bringen Savion dazu es uns zu geben. Die Brauerei hat ein Ungeziefer Problem und die ganze Stadt weiß davon. Gift gegen Ungeziefer und Med vertragen sich nicht gut. Wenn ihr wisst was ich meine. Nö, eigentlich nicht. Ich bin da nicht so gemein. Ihr kommt zufällig vorbei und springt im armen Savion helfend zur Seite. Er gibt euch das Gift, damit ihr es gegen das Ungeziefer einsetzt, aber ihr schüttet es auch in den Braukessel. Okay. Ja, sehr schlau. Maven und ich haben das ganze über Wochen geplant. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden wie euch, der dort hineingeht und es erledigt. Und jetzt macht euch auf den Weg, bevor Savion zu Verstand kommt und jemand anderen für die Drecksarbeit anheuert. Okay. Äh, wie gelange ich zum Braukessel? Oh, schau. Denkt daran, Savion wird eine helfende Hand brauchen. Sorgt dafür, dass es gut aussieht. Wenn ihr den besten Med in Himmelsrand probieren möchtet... So, wie gelange ich dazu, brauche ich ja nicht wissen. Ich brauche da einmal nur den Pfeil folgen. Unglaublich, dass ich gerade den Feinschmecker kennengelernt habe. So, ich muss in die Richtung laufen. Ja, ich bin schon mal richtig. Langsam kenne ich mich bei Skyrim doch etwas aus. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Am Bionado als Recht nicht. Jetzt muss ich jetzt mal herausfinden, wo steckt der Typ? Da! Oh, da kann ich wohin reisen. Das ist praktisch. Muss ich weniger laufen. Oh, ist ja perfekt. Direkt vor der Tür. Besser geht es ja nicht. Da lohnt sich mal die BVG-Karte. So, ja. Hm, vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Ehrlich? Da muss doch auf die Idee kommen, dass du irgendwas faul lässt, wenn auf einmal jemand Unbekanntes kommt und sagt, er will helfen. Ähm, solange ihr mich bezahlt, wenn der Auftrag erledigt, das solltet ihr, sonst schreie ich. Äh, ja, 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 ja. Und das sind meine Bedienungen. Ich bin mal ganz nett. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für allemal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Ah. Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ist jedoch verschwunden. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Wenn der wüsste, woher ich komme. Komm zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Okay. Ähm, ihr habt einen gewissen... Nein, ich werde das nicht mit ihm übersprechen. Jetzt muss ich hier aufräumen. Das wird dir auffallen, wenn ich auf einmal über ihn spreche, dass ich eventuell von ihm komme. Das ist alles da in der Gegend. Okay. Oh, jetzt geht die Sprungtaste auf einmal. Auf jeden Fall hier drinnen. Äh, aufschließen. Ich muss hier rein. Geht weiter. Das geht euch nichts an, Bürger. Ah, Bürgerin. So. 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 krass ehrlich bei den ratten die aber auch angst ich soll irgendwo was machen hier geht es weiter ich speichere mal die barb hier probleme ich komme mir irgendwo vorbei krass ich bin ja echt eingesperrt gewesen das war mal dann kann man selbst die einfachen war er wirklich hallo ok so jetzt geht es das war gerade stehen oh hoffe ich mal dass er sich aufgefallen ist jetzt geht es noch weiter runter soll der mal machen oder die hinder gegen hitze erkenntlich so wow diese spinnen sind echt widerlich aber sind bestimmt ernährreich die nächste ratte oder spinnendings speichern speichern klar ich renne jede einzelne falle rein ach hier heute ist bestimmt in die nächste falle reingegrannt wow